und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde battle brothers genau letzte runde letztes mal sind wir genau das war kein paar mal abgeschlossen und ja sind jetzt auf einem guten weg mit dem trupp allerdings geht's ja jetzt am anfang rennen wir leider wenn ihr gleich sehen wieder eine kompanie von dem haus amund rein und ja die waren diesmal ganz schön hart alleine da habe ich ganz schön gestruggelt aber das werdet ihr alles gleich sehen ich wünsche euch viel spaß ein bisschen leben und vertiegt hier drei kommen mit cover brawny vorbei ist macht grenzen wird zwölf fatig kriegst drei wieder bewegt sie noch ein bisschen und dann greifst man nur an jedes macht ne kriegst du nicht kriegst macht die recover auch kein sinn initiativen ach was mache ich denn mit euch so eine relentless keep together and in a status with an infinite duration pleading chant as a duration reduced by one term vielleicht nicht schlecht headhunter hitting the head ich meine eine chance to hit bringt mir nichts fearsome any attack that inflicts at least one point of damage two hit points triggers a morale check to the opponent penalty equal to 20 ah, wir haben ihn resolve hm 10 as opponent is no penalty on you nochmal fearsome fearsome und gifted ich muss jetzt mal gucken ob ich bei gifted dann wirklich jetzt nochmal kriege ich jetzt wenn ich bei dir giftet mache dann kriege ich jetzt überall nur eins ah ne perfekt gut guck dann kriegst du nämlich nochmal plus drei dann gebe ich dir jetzt resolve und mach 4s am dass sie richtig reinhauen mhm ja, wir haben viele mediativen, das sehe nicht, da reichen die drei auch nicht mehr raus zack und jetzt 4s am bab so du warst unser tank dude du kriegst mal ein bisschen leben dann kriegst du hier plus 4 hier kriegst du leben und ah, Resolver 2 ist halt auch recht wenig, ne ich meine drei wären ist ein mittlerer Roll Fatigue Fatigue mit zwei Sterne und du kriegst immer vier also kriegst du hier eins ok sonst noch niemand ne so hat jetzt hier irgendjemand kassiert du hast kassiert vorne eieieiei du hast ganz schön kassiert na gut, ich hab den ganzen anderen müsst jetzt vorn weg schmissen dann kriegst du jetzt mal temporär was anderes hier mein guter zählt ja alles nix aber ihr habt alle noch, ne sehr schön guck, dich kann man gleich austauschen zack und dann geht's weiter das ging ein bisschen schnell oh scheiße na gut, ich hab grad gespeichert aber na ja, die millionen kackhunden wieder aber ich hab meine ah, das ist nicht gut und es ist da wieder nacht da treffen die wieder nix ach scheiße na ja ich mein, wenn sie längstens keine Billman dabei haben, ne wobei, die sind 19 und klar haben die irgendwie Billman dabei scheiße also mit dir muss ich außenrum du musst hier weg hier war die schon alle dran, ich brauch jetzt nix machen mit dir rutsch ich hier ran, fertig hier ran, fertig so, Gunnar da stich den blöden hund ab und da sind meine Billman das wird nix tun das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut der ruft dort hoch, okay jetzt heilen wir mal ein bisschen auf ich dachte, der war eh schon dran, ne dumm dumm damit kann ich leben gut gut da ruft der da rein 90, alter so mhm wie war das mit absolut kein Problem mehr geil der hat wenigstens rein Gunnar schön ich glaub, du musst doch nochmal kurz zurück hier und ein bisschen mit aushelfen ach, wobei, komm was soll der mit ran grabben? brechhalten gut 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 da oben da oben blotisch okay, der kommt ran, geil der kommt ran so, hier ach, hier ist noch mein Tank oh shit nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut baldomar ran hier dich hin nieder so so Typ, mach was für dein Geld der ist so kacke oh der könnte mich bestimmt one-hippen so rein hier blutest du? ja, du blutest dann nochmal move auf oh ne stun ihn bitte bitte ja ah, das ist egal geil geil ähm, da würde ich mich jetzt gerne eins runter buchen und shit, verrutscht okay aua mit dir warte ich mal, ob da jetzt noch einer kommt du bist dann rein ja, dann nicht, dass du hier denkst, du kannst mich stun oh nee, der wäre wichtiger gewesen scheiße der wäre wichtiger gewesen wichtig du musst einfach nur shield wollen und überlebst, bitte ich wusste komm nein so, guck, ich wusste, ob es kommt einer ran hier so, baldomar du schrägheit so, der ist gestunnt sehr schön so, du triffst bestimmt obwohl jetzt ja, den letzten den letzten ist doch hier so, wen nehmen wir denn von euch jetzt hier an? 30 29 35 geil der hier oben auch rein alter 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 die hausen die hausen baldomar kaputt das geht gar nicht ähm da muss ich jetzt hier mal einschreiten, freunde, das geht so nicht 95 95 der ist fast tot, ne ach komm schon ach komm schon dann haut du den kaputt sehr schön du bist raus dann dann schiebe voll dann mit dir kann ich ran und schiebe voll machen alter lass mir ja mein den den muss ich hier weg so, Jafar ich muss jetzt hier mal ein bisschen was geil so wir sind dran baldomar ja, komm gut ja nein ach komm mann weil ich glaube du bist, ne du brauchst noch ein Level Gero kann ich nicht mitnehmen aber wenn es jetzt hier arsch voll achso, das ist das Zeug von Gero und hier wäre die und der geile Zweihänder mhm können wir nicht, machen wir nicht gut gut so bist du noch dran? so, bist du noch dran? schade das ist nicht so fuck so, und ich muss mal den typischen save so auf schade schade doch schade 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 Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. So, okay. Die können weg. Die ganzen Schilder. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. War's für heute. Das war's für heute. Gut. 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 Okay. 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 Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. Okay. 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 Du hast nix an. Du bist ein Frontliner, 150. 90, ein Frontliner, 190. Gut. Damage Auto. Mach's mal was gescheites, 150. Deswegen bist du die ganze Zeit so... Was mach ich denn? Warum seh ich denn meine Rüstumente hier? Okay. 15 B. So. Band of the Tank, du hast... Da hab ich doch grad was geileres gefunden, 190 zum Beispiel. Damage auf meine Arms. Signal. Genau. Das ist 190. Sonne Tank, du hast eh schon keine Fatigue, du kriegst nix. Und du kriegst wenigstens 280. Gut. Du bist ein Limpel, du bist ein Limpel. 130. Dann packen wir dir die 150 da drauf. Und den ganzen 200er Helm. Und du hast schon 200, 200, 200, 200, 200. Okay. 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 Ich hab doch gar nicht auch wieder ein bisschen was verkaufen. So. 200, 200, 200. höher halten wir. Komm weg. Komm weg. Das Gift benutze ich doch am Ende sowieso nie, oder? Ach, wenn dann kann ich das immer wegspalten. Puh, gibt es jetzt irgendwelche schweren Verletzungen? Nee, ne? Okay, was hast du eigentlich noch mal hier? Wird es hier fliegen, der mit vorwohlen hat ich noch nicht. Naja, mit Schlimmeres. Okay, dich muss man mal heilen lassen. Aber ansonsten sind wir eigentlich schon wieder relativ gut zu gehen. Oh, along the road. Camping beside the road. Colorful Regen. Lalalala. Wird es jetzt schon was. Careful, so. Now we're good. Das hätte bestimmt der Moral geholfen. So. Oh, was soll's. So. Hier runter müssen wir. So. Eieieieieiei. Komm, 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 komm. Und jetzt mal ankommen. Oh. Oh. Oh, da hast du jetzt. Oh. 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 nasestyas. Oh. Oh, der Atme br升. tja ich glaube das ist doch etwas für die nächste runde oh das sind die stark schön war nix besonderes all die mühen umsonste ja wenn ihr nicht mit was man hat hat man würde ich sagen so dann bist du bitte mal das richtige die hand ein schild so kaputt passt oh level ab sehr schön dann kriegst du immer plus vier zucker ein so auch hier leben initiative range defense ahja über 90 top und was geben wir diese entgiftet hast du schon gibt halt recover aber gerade mit dem perk braucht es ja schon ganz schön oder rotation wäre auch nicht schlecht naja ich krieg das mal recover gut gut safe und dann war es das erst mal wo waren wir denn stehen geblieben genau hier wir haben jetzt genau die militia platt gemacht platt und kalt genau das war nur dullis sorry für euch jetzt nehmen wir dich noch mit hier und dann returnen wir und dann ist der krieg bald vorbei das sieht gut aus was geht denn vom 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 kartenfeld weggefegt many peasants oder die armen schweine kenne ich euch einfach ach ne ich muss euch immer alle händisch herziehen dich 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 na achso ach ja genau warte mal wen habe ich denn jetzt habe ich noch irgendwelche geboostet hier damage run ne dich brauchen wir da auch nicht rein alles was geboostet ist hier alles was geboostet ist hier alles was geboostet ist hier du dich dich ja wenn dann ist unsinnig genau da müsste ich jetzt mal richten hier du du das wir das wir das hat du nicht nur er die 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 So viel mehr kann ich auf die Ersatzbank packen, haha. Einer. Many sind wenigstens 10, hoffentlich. Sehr schön. Nee, jetzt lass ich ein Tier. Und, wie viel hat mir das jetzt gebracht? 90. Oh, das hat uns überhaupt nicht gelohnt. Ah, shit. Naja, was soll's. So, destroy any caravans, oder irgendwas, und dann muss ich wohin zurück. Mal ohne Mist wollen, muss ich ihn zurück. Haben wir mir das nicht angezeigt? Destroy any caravans. Jetzt hab ich hier drüben gekriegt, oder? Scheiss. Warum zeigst du mir das nicht an? Das ist schlecht. Naja, jetzt kommt erst mal hier alle wieder rein hier. Du kommst rein. Ja, wobei, ich kann hier erst mal drin lassen. Tom the Tank. Rein. Du. Rein. 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 Ausgetauscht. Du kommst rein. Ja, du kommst raus. Du kommst rein. Du kommst rein. Hast du kassiert? Genau, der Mensch, du bist raus. Gut. Kommst noch Quicksave. Ah. Und dann. Gucken wir mal, was wir hier noch zu finden, hä? Ja. Da waren Nomaden. Many Outlaws. Die waren eigentlich nicht verkehrt. Da können wir unseren beiden Damage Frontlern bissl XP geben. Du bist um 10. Zack. Nee, 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 du. Du. Ich meine, was bringst du mir, wenn ich dich jetzt noch groß level? Eigentlich nicht viel, oder? Ich meine, ich kann hier... Polearm verpassen, dann... Ja, alles fertig. Ich weiß eh nicht, was ich mit dir will. Um ehrlich zu sein. Dappelt bis A. Nichts nutzt. Mit einem eilen Sternchen hier. Aber ich nehme mal mit. Und der. So, Tom the Tank. Rauf hier. Waldomar. Und der trifft halt immer. Oh, der mit seiner Peitsche ist eklig. Ihr igelt euch wo ein? Meine Peitsche. Meine Peitsche. Halt echt. Bodo Stunbot. Gut. Du bleibst mal rein. Die igelt sich halt echt ein. Laden ran hier. Und dann kommt's hier rüber. Und dann kommt's hier rüber. Ludger. So, der Peitsche-Typ gefällt mir nicht. Wenn ich ehrlich bin. Die kann ich eigentlich noch mit rein hier, ne? Aber ich habe mir gerade nur einen Archer deswegen. Bodo, rein mit dir hier. Fertig. 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 Zack. Overwhelm. Der ist ja schon fast tot. Hoho. Die Frechheit. Die Frechheit! Jetzt wird's aber langsam frech hier. 29. Jetzt sehen wir's wahrscheinlich nicht in 1 Uhr. Kein noch. Oh, ne? So. Geht. Ja. Ist der Woff. Fall nochmal. Boah, jetzt. Das ist jetzt nicht in meiner Scheiße. Ernst. Ne, ne, ne. Mit dir rück ich nicht hier unter. Warte, es ist kurz. Das Problem ist, wenn ich mit dir ranrutsche, komme ich mit den anderen nicht rum, ne? So, jetzt hau den... Auf die Schnauze. So, fertig. Nicht fertig. 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 Das ist alles nix. Ich steh'n ja da beschissen, Sau, ne. Mal ganz ehrlich bin. Was ist denn mit dem? Ich glaub, es war zu. Wieso treff ich diesen Drecksack denn nicht? Was ist denn mit dem? Ich glaub, es war zu. Wieso treff ich diesen Drecksack denn nicht? Das gibt's doch nicht. Danke. Alter. Alter. So, tack. Ist ja noch dran. So und dann. Kopf ab, ja. Oh, meine Güte. So. Ey! Das erste Mal, dass wir nicht getroffen haben. Amazing. Alter. Es wäre jetzt eigentlich gewesen, dass die beiden die das noch aus dem Kopf hätten. Logisch. Warum solltest du auch was treffen? Ja. Hast du noch irgendwas mit, Typ? Nö, ne? Ja, warten. Ach, wenn man wartet, hebt dir das Ding wieder auf. Cool. Das wollte ich gar nicht. Tom the Tank. Tja, kriegt den halt wieder. Ach, verdammte Kacke. So, hier habt ihr einen rein, ne? Pisser, Alter. Ihr wartet. Er kriegt nicht gefinisht. Ich raste aus. Äh, ja. Klar, runnen wir die down. Ich glaube, ich spinne wohl hier. Du machst dich weg. Du wartest auch. Du wartest auch. Tun jetzt mal nach. Die ruf ich hier runter und warte. Ne, du wartest damit. Hier steche ich keinen ab. Du rufst ran. Dankeschön, du wartest. Du hast den hier kaputt. Und du hast den hier kaputt. Und du hast den hier kaputt. Sau, war das ein Krampf. Leck mich am Arsch. Boah. Gut, auf die Bank mit dir. Wer hat sonst noch kassiert? Geht so. Du kleiner Tank bleibst da, wo du bist. So, Stunbot hat auch die Schnauz bekommen. Und die das vertragen würden, ne? Die nicht. Ach, das ist wieder typisch. So, was haben wir denn hier? Da kann ich mal gucken, ob ich das für mein Bodo brauchen könnte. Ja, das kann man reparieren. Wenigstens ist ein gescheiten Deckerhammer gekriegt. Oh. Mal ein goldenes Schild. Schön. So. Jetzt sind wir da schön vorbildlich. Und vorsichtig. Ja, ein bisschen. Resümee. Äh, ich muss hier noch eine Seite hoch. Oh. Time to eat back to gelbfeste. While raging. Ah. Alles klar. Gut, dann spare ich mir das. Hä? Das war komisch, oder? Bei der einen Mission musst du wirklich innerhalb dieser Tage zurück sein, sonst kriegst du nichts. Und dann gibt es wieder Quests. Ach, naja. Es ist schon noch Zeit und du kriegst dann Bescheid, wenn es soweit ist. Hä? Suspekt, Suspekt, Suspekt. Schauen wir doch mal wieder bei Holzschlag vorbei hier, hä? Da wollen wir schon lange nicht mehr. Schauen wir doch mal wieder. Dann weiter. Wollen wir... Schaff ich das nicht? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Dusk? Sam Footman. Sam? 4 bis 6. Ich mein, ich bin jetzt nicht top aufgestellt, aber... Ich mein, immerhin gibt's da shit. Nehmen wir mit. Ich hab ja meine... Außerdem noch meine Aufgabe. Im dunklen, dunklen Wald. Ähm... Im dunklen, dunklen Wald. Ähm... Geh ich mit dir... Das sind meine besten Tanks. Eigentlich... Du, ne? Gero und... Aber Thomas hier oben zumachen. Zack. Und ich stech mal hier hin. Und ich stech mal hier hin. Vendor. Rein da. Moment, die schauen wir mal, ob wir unten rumkommen. Jafar. 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 Mein Gott. Du bist mit hier rum. Du bleibst mal schön hier, wo du bist. Okay, fertig. Und euch platziere mal hier dahinter. Ach Bertl. Du Honk. Ach so. Scheiße. Fertig. 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 Naht. Hm. Da ist irgendwas gemoved. So. Ab vor Ort. Fertig. Du musst hier ran. Und zack. And weiten ihr später dran seid. Shield Ball. Aha. Zweiglei. Oh ah! Selbstverständlich stunnst du mich dann auch noch, kleiner Drecksack. Ach komm schon. So. Kommst mit hier hoch. Und dich nimm halt andere mit. So. Sehr schön. Du wartest zu Tom the Tank. Ich warte mal hier. Du stichst den Arm ein bisschen ab. Ach so, hauen ab und latschen. Sehr schön. Top. Das ist ein Kill. Oh, zwei gleich. So, schön. Jetzt häng ich hier fest. Scheiße. Das ist nicht schön. Du wartest. Oh. Oh shit. Bertel, du bist zu rein. Schlecker. Oh, sehr schön. Tja, da müssen wir mit dir halt jetzt hinten rumgehen hier. Okay, mit dir warte ich mal. Haha. Die müssen jetzt auch hinten rum. Du schlägst nochmal zu. Du bist hier seelisch und moralisch unterstützung. Du machst nur schlägst nochmal und du holst die P. Hey, geil. So, du holst hier eins hoch. So, dass du auf den Boden schießen kannst. Oh, der herein. Geil. Tja, was machen wir denn mit dir? Du machst einfach gar nichts. Du kippt den. Shit. Du wartest. Du rufst hier ran. Machst schon mal Platz. Du bist fertig. F**k. F**k. Das ist der, der mich jetzt hier hochmooft. Habe ich den jetzt gerade geskippt? Ne, aber vor Gott sei Dank, hab ich den schon. Hoah. Move. Ne. Der war eh schon dran, oder? Den hast du jetzt ganz schnell mit hier. Mann. So, du hast den hier mit aus dem Latschen. Richtig. Du hast noch genug Leben. Wer denn da hat auch. Du eilst dem hier mal zur Hilfe. Frechheit. So. Stich ihn nieder. Stich ihn nieder. Oder auch nicht. Geil. Immerhin. Immerhin. Du streckst den hier nieder. Geil. Und hier warte ich mal kurz ab. So, du musst jetzt hier ran. Du hast gar keine XP mehr. Scheiße. Ist ja unschön. Du bist fertig. Du bist fertig. Oh Gott. Du darfst nicht bluten. Ich geh mal langsam ein bisschen. Fertig. 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 Du wartest auch nur ab. Kriegst du ne vielleicht schon? Ne. Kriegst du ne. Wobei ich warte mal mit dir. Top. Der ist ein Level ab. Wie schaut's mit dir aus? Damage auto. Na ja, über 300 XP ist doch nicht schlecht. Mach ich noch was geiles. Geck 150. Schön. 200 Helm. Top. Ist doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Das. Und hier krieg ich auch noch was. Ja. Ihr habt ja ja nichts. Und damit war's das wieder mit Battle Brothers. Der Krieg neigt sich dem Ende. Ich glaub nächste Folge sind wir dann durch. Wenn ich mich richtig entzünde. Aber bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.